Hallo zusammen, nächster Trailer am Einspielen, 19.12.2020. Ja, das ist eigentlich der Haupthammer von Edicard, Professor. Mal hat er Ansage, impfen lassen oder auf Beatmung verzichten. Aber es gibt natürlich noch manches mehr. Und wer sich das dann anschauen möchte, sehr gerne bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Den Link kopieren in die Browserzeile unserer Lieblingsplattform gelangen. Und dann sehen wir und hören wir uns doch vielleicht gleich wieder. Tschüss.